Wie kann es eigentlich sein, dass mein Kumpel immer und überall besseren Empfang hat als ich? Hä, hol dir doch einfach einen neuen Vertrag bei Freenet. Freenet? Ich wusste nicht, was das für ein Netz sein soll. Aber ich bin trotzdem auf die Website von Freenet gegangen und ich habe herausgefunden, dass Freenet zwar kein eigenes Netz hat, aber es dort einfach alle Netze gibt. Man hat die Auswahl zwischen Telekom, Vodafone und Telefonica und kann sich den passenden Anbieter einfach auswählen. Ich habe mir natürlich das gleiche Netzwerk wie mein Kumpel rausgesucht. Jetzt habe ich immer guten Empfang und fühle mich bestens aufgehoben.